Nehmen wir das doch mal wieder auf. Achja, mein Glas. Meat-Glas. Fuse. Bei Geisel ist gut, Henning. Haha, ich fuse die Geisel gerne. Ja, ja. Nur das eine Video mit dem Loch. Wenn da deine Fuse-Ding durch irgendein kleines Loch springt und die Geisel killt, dann... Hast du das Video jetzt zu Ende geguckt oder nicht? Nein, noch nicht gar nicht. Ich habe jetzt gerade abgebrochen, weil das nicht losgeht. Oh, Star, mein Gott, du kannst doch noch eine Runde warten, um endlich alles auszukotzen. So, ich bin dann jetzt weg. Okay, tschüss. Äh, wenn ich fuse... Ja, ja, dann fuse die Geisel weg. Ey, fusing über dich. So, mal wieder hier mit einer Ansage. Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier. Oh, immer aus der Kripswelt, Henning, da rein. Ja, die sind, äh, Großraumbüro hier. Bin jetzt da. Da ist einer, da ist einer. Ich entdecke ihn. Geht einer hoch? Oh, ja, ist klein, Junge. In dem Fall ist einer im Copspit. Im Copspit? Ja. Kavaira kommt nach hinten gelaufen. Ah, ich bin mal an Kavaira. Komm, bitte, wag dich raus. Wag dich raus, bitte. Der Zug einen Headshot verpasst, in der Alten. Feilt jetzt nicht mit unserem Kumpel zu Ende. Nein. ... E-Log! Das ist geil mit dem Schalldämpfer, die hören das gar nicht. Das ist genial, Alter. F*** doch die B*** ab. Fenster hier. Eine wurde unten weggemacht mit der Shotgun. Wir halten sich da unten, kann das sein? Beide hat die eine, okay, alles klar. Wo sind sie genau? Vorne im Cockpit oder was? Hier sind sie. Scheiß Mira. Kann ich denn hier am besten fusen? Ohne euch zu treffen. Gar nicht. Hier ist nichts. Wir sind alle im Geiselraum. Nee, die Mira war vorne. Die Mira war vorne und die hat mich gerade angeschossen. Auf 28 bin ich nur noch. Ich find's. So ein blöder Hurensohn, ey. Das war Blitzen, hab ich angeschossen eben. Fuse die Geisel nicht weg, ist klar. Ach, scheiße. Nein. Machst du ja gesagt, kein Fuse. Ah, ich wusste doch nicht, wo ich fußen sollte. Ah, deshalb würde ich nie Fuse nehmen. Ah, ich wusste nicht mehr, wo. Scheiße. Wenn man es nicht weiß, sollte man es als Recht nicht machen. Bisschen Held gewesen jetzt. Ich sag auch noch, da ist nichts. Sie sind alle bei der Geisel drin. Aber ich scheiße zurück. Ist ja nicht so, dass was nicht gesagt wird, nee. Mann bist du blöd, das ist, dass wir dein Verstand benutzen. Ja. Ja, machst du so und dann geht das. Ich kann doch genau über die Scheiß Geisel halt unterfeuern. Na komm, ich wollte nur spannen, Mann. Ja, ja, komm. Merk mich am Arsch. Oh mein, hier ein schönes Fensterchen hin. Verraschung. Jemand noch eine Wand? Ja. Henning, kannst du hier noch zumachen? Diese, diese Wand hier. Weil die können wir hier ganz gut benutzen, nach hinten. Kann man ganz gut nach hinten benutzen, das ist ganz gut. Aber das ist scheiße da vorne, ja, sauber. Ich bin da eigentlich drauf. Scheiße, da kann man nicht drauf, ne. Die sind vorne rein, die wollen vorne rein. Ist ja natürlich kein, der ganz vorne ist, ne. Natürlich schlecht. Kannst du auch von beiden Seiten gucken. Liegt da Holz drauf. Was ist denn das für ein Scheiß? Kann sich da was in erinnern, Sven? Tut sich nix, ne? Hier unten. Komm durch den Dropper. Einer durch den Dropper springt, sagt, dann schieße ich durch. Okay. Ich sag dir an. Smoke Granaten, Smoke Granate. Moment. 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 Schieße nach gegen die Wand hier links. Kommt nix gerade. Äh, ich glaub... Da war einer schon. Ja, ne, ne. Der ist ja dann von links gekommen. Nicht durch den Dropper auf jeden Fall. Oh, die Geisel hat's doch gerade für die Lauter von sich gegeben. Äh. Halt's den Maul, Schlampe! Jetzt! Durch, 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 durch! Ist hier vorne. Ist hier vorne. Ist hier vorne. Nein! Oh fucking shit! Loh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Er ist tot. Aber danach kommt noch einer. Wie kann ich den denn nicht getroffen haben, ey? Da ist aber noch einer am Stehen, ne? Ach so. Oh, Henning ist ja auch schon noch. Der hat die Geisel, ne? Der ist vorne raus. Vorne raus! Meilig! 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 Ja! Ich geh nicht schneller! Der hat keine Ninja-Moose! Lol! Hat er dir vordernander verpasst. Die, die, äh, Blendgranate war richtig gut geworfen. Muss ich's ihm wirklich lassen. Ja. Richtig. Ach lol! Da war noch einer! Ja, ja! Der ist dahin gelaufen! Das war der! Das war der Typ! 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 Ah, der ist schön geflaxert da! So, versprochen! Ich fuse auch nicht! Okay? Henning, darf ich was sagen? Nimm einfach nicht Fuse! Warum, warum ich zu Fuse nehmen, wenn ich fragen darf? Ich fuse auch nicht! Warum willst du den Fuse haben? Weil ich glaube ganz gut mit dem klarkam. Aber ich fuse auch nicht! Wirklich, versprochen! Ach, die ist doch besser! Die kommt doch eher irgendwo noch durch vielleicht! Nee, 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 nee! Ich kann mit dem überhaupt ganz gut klar deswegen! Also gut! Na gut! Ich fuse wirklich nicht! Du bist jetzt ein Headshot von einem Teammate! Weil die nicht wollen, dass du nochmal fust! Wenn du die jetzt nochmal wegfust, dann komme ich persönlich vorbeigefahren und tritt deinen Arsch bis nach Kanada! Oh, Kanada! I don't fuse, I promise! Ja, siehste! Ja, 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 ja! Scheint ganz vorne zu sein, wenn... Dann werde ich meinen Fuß so weit in deinen Arsch rein dollen, dass du ohne Problem meine Zehennäckle abkommen kannst! Ja, sind ganz vorne! Ach, machst du schon eine Kamera dahin? Okay, warte mal dann! Such mal eine Kamera auf das Sofa zu kriegen! Oh, lol! Ich bin ein Koffer! Oh! Na, lol! Habe ich uns jetzt gesehen? War egal, hauptsache sie haben... Ich bin ein Koffer! Find the hostage and proceed to extraction point! Holt Jiren! Ich bereite kurz ne Falle nur vor! Ich will vorne rein, aber... Ich will ne, ähm... Ne Claymove vor den einen Eingang legen, falls da einer rauskommen will! Weil ich hab das Gefühl, die wollen das! Wir wollen das so! Was hab ich gesagt? Ich wusste es! Ich wusste es! Linksraum ist Kina drin! Loll! Loll! Ich hab... Loll! Jetzt bin ich tot! Ja, hier vorne bitte! Ich bräuchte dir vielleicht mal Hilfe! Ich bin tot aber, ja! Das kann doch nicht wahr sein! Da hat der echt ein Loch da reingemacht, dieses miese Hurenkind! Das kann doch echt nicht wahr sein! Da hat der echt ein Loch da reingemacht! Das ist ein miese Ficker, ey! Ohne Witz! Es kann echt nicht... Ah, leck mich am Arsch, ey! Leck mich hart am Arsch! Mann, 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 mann! Einfach nur so ärgerlich! Ja, Rook war vorne auf jeden Fall! Rook auf jeden Fall von vorne! Also von da hinten! Da ist ja keiner mehr drin, ne? Da ist doch die Geisel! Ich werd den Gang beobachten! Yo! Ah, das war der, der mich gebildet hat! Ah, der doch nicht! Das war der andere! Doc war das! Ich hab dich! Dann ist Rook immer noch da hinten, oder was? Ne, Rook ist tot! Ja, sauber! R4 eliminatet! Beide gleichzeitig rum wie gefeuert! Boah, aber voll auf den Head getriggert, ey! Mhm! Thomas, bitte! Heiter, ich hab echt die Geisel gefust, alter ey! Fuck! R1,2,3,3,4,4,4,4,4,-5,5,5,5,5,5,25,5,5,6,6,5,6,6,6,6,6,6,9,5,6,9,6,6,7,6,7,7,7,7,0. Du Jesus, was er! Das ist ein Gehirn. Eh... mich verarschen zu vorne hennig bleibst du vorne nein er ist auch down vorne ja vorne aber lass die anderen sind auch da alle drei leute da hinten ich hab in diesem scheiß Flugzeug auch immer kein Glück ja genau die anderen sind alle durchs Cockpit gekommen deswegen bin ich runter gesprungen und dann lag Thatcher da hat zwar gedowned aber ja 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 warte ich sehe die Kamera vor dir unten unten sind sie ja genau unten alle ja pass pass auf ist schlecht jetzt mit deiner Sprutflinte ne ist Ash und ja wir haben bestimmt den anderen geholt genau und das Einzige bei seiner Geisel wenn die mich weg holen dann ist vorbei Geil Voll Sneaky die ganze Zeit Ja echt Guck dir das mal an Da ging mir aber der Puls gerade du Er hält einen Fuse fest Ja lass mich doch Mann ist das scheiße Das ist alles auf Aufnahme Dass die nicht mal einen Jäger haben Das zeigt dir doch nur Dass der Gegner vor dir keine Angst hat Unten sind sie nicht Die sind wohl hinten Die Drohne wurde hinten weggeholt Hallo Wollen wir heißen Drohnensex machen? Beim Sex gestört Oh du hast aber einen richtig geilen In der Telle hinten Da will ich mal ran Willst du einmal mit dem Hintern schniffeln? Hintern hier Schnüffeln 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 Ich will dich von überall Ja geil Voll geil Ja da wo wir waren glaube ich Ne so Ja ich glaube auch Die sind da gewesen wo wir waren Ich habe dich gesehen du wächst da Bei mir vorne ist einer Hast du so gedacht War Das ist noch einer glaube ich Der müsste hier glaube ich Um die Ecke stehen Glaube ich Bin mir nicht sicher Ich teste mal ja Warte ich fahre mit Drohne rein Achso ja genau Gute Idee Seiner um die Ecke Ne 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 Also der linke Raum ist frei Der Präsidentenbesprechungsraum ist auch frei Der Küche ist der Markiere Danke Sehr nett Fahre weiter Die Wichser die haben C4 unterm Tisch geplantet Unterm Tisch? Wo unterm Tisch? Ja ganz hier hinten Warte ich fahre mal kurz hoch und gucke Als fest im Cockpit hoch ne Ja hier oben ist nix Geh mal weiter Da ist einer War vor dem Raum Nach dem Raum links Der letzte Warte ich gucke ich gucke ich gucke Links direkt links ist der Achso Machen wir fertig Der liegt hier am Bogen Da ist ich doch Ich hab ihn nicht gehört Ich hab ihn sogar mit links gehört Ich hab ihn erwischt einmal Da ist der der kommt rumgelaufen Er drückt mir richtig ruhig ins Gesicht Der ist doch schon im Raum drin Ach wieso hört man den denn nicht Was ist das denn für ne Scheiße Was soll das denn ey Man hört den gar nicht Das kann doch nicht wahr sein Der denn Das war ja wohl jetzt n Scherz Ich hab den gar nicht gehört Dass der da rumgelaufen ist Ich auch nicht Ich gucke Ich komm um die Ecke Und der gibt mir direkt Die Schrotflinte ins Gesicht Ist der reingefallen Wie geil war das denn ey Ja Haben wir echt noch gewonnen ey Wird mich ein bisschen abfacken Wenn ich 2-0 am Führen bin Und dann verliere 2-0 geführt Ach stimmt Wegen Henning Ja stimmt Ja genau Ja genau Ja genau Ja genau Ja genau Ja genau Ey komm Die erste Runde ging ganz klar Auf deine Kappe Musst du das jetzt echt zugeben Na gut Das war's gewesen sein meine Lieben Bis zur nächsten Folge Macht's gut Tschüss Buh